Ja, hier sieht man das Finanzbettel, da unten ist der Seaport, Seaport, ja, das ist also das Finanzbettel, das ist hier die Poplin-Predsch. Hier ist die Poplin-Predsch und dahinter ist die Manhattan, das ist das Verizon-Gebäude, Frank Garry, das Gebäude mit einer der höchsten Häuser für Rentals. Ja, da hinten sieht man Midtown, das ist Midtown, man heißt im Hinter, dem Rathaus. Ja, und das ist das Woolworth-Gebäude, links, das war lange Zeit das höchste Hochhaus der Wels, und da ist es komplett mit Cash finanziert worden von den Brüdern Woolworth. Ja, und hier ist die Terrasse, meine Terrasse, wo ich oft sitze. Hier ist ein Schattenplätzchen, hier, und da hat man den Blick aufs Finanzviertel. Ja, so war ich so gut, jetzt geht's wieder an den Scheuptisch. Ja, so war ich so gut. Da sind die … … … … Vielen Dank.